Sabotage macht gut. Wir sind fortgeschossene Anfänger. Ich bin E+. Ich rasch aus. Wir sind schon Noobs, die länger dabei sind. Ja. Ich hab ne Pistole jetzt! Yes! Sind wir's nicht schnell gehoben? Ja, ich hab nur ne Pistole. Ich hab nur ne normale Maschinengewehr. Meine Punkte! Verdammt, nicht meine Punkte. Der hockt immer noch dort, ey. So! Ich hab gleich keine Munition mehr mit meiner kleinen Knarre. Okay. Jawohl. So, ihr habt sie schon, oder? Ich hol das eine Terminal zurück. Wax! Ja, ich bin grad irgendwie runtergefallen. Ich hab's gesehen, was machst du? Wohin? Ich konnte nix machen. Ich denke nicht. Okay. Guck mal, ob wir das andere auch noch kriegen irgendwie. So, wo ist er? Ey. Ich glaub, das ist Rohr im Weg. Willst du dich eigentlich verarschen? Ich bin tot. Das war's. Wir flacken da gar nicht, wenn die Rakete wieder ist. Was? Ich kann mir da flacken die Rakete gar nicht abschießen. Ging das nicht? Ich bin erster Platz! Ey, wir sind die ersten zwei. Wir sind grad gejoint. Die haben Quaid und Außenlot auch. Ich glaub, die wurden halt gleich angefangen, wo wir rein sind. Wahrscheinlich, ey. Oh, fuck. Ey, ich brem mich noch selbst. Ich hab ihn. Ich hab ihn noch, Alter. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Ich verrecke jetzt. Hä? Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch. Ja, Mann. Was zum? Von wo? Ich hab ihn. Wo denn? Ich hab ihn. Oh, ich lebe. Alter, warum brennt die? Egal. Ich kann's nicht holen. Hä? Der hat mich in die Wand gepackt. Egal. Ich hab ihn nicht mehr runter. Was? Der hat aus seinem Arsch an eine Granade geschossen. Oh. Okay. Wo ist er hin? Der hat mich ruhig gepuncht, aber ich hab ihn auch gefühlt. Geht doch. Hab ihn, hab ihn. Jawohl, ja. Ey, was ist das für eine Drecksrunde, Mann. Oh, ich bin ganz oben schon wieder krank, Alter. Ey, was ist denn das? Das sind einfach zu viele Spieler. Ich spawn, wird sofort gekillt. Ich spawn, kriegt Rocketpunnel von zwei Meter aus Entfernung, Mann. Das wurde verreckt. Ich hab ihn scheißhaut ausgewählt. Verdammt. Egal. Du mein Dreckspasten, Mann. Fight me in real life, motherfucker. Schaut mich, wieviel von den Leuten du ihn in real life schaffen möchtest. Alle. Geht so, Alter. Das sind alle Pussy-Moves. Pussy-Moves sind es. Das sind nicht mal mehr Pussys, das sind einfach nur noch der Gestank von ner Pussy. Wenn die alle aussehen wie Ziggy Snake dann auf jeden Fall. Ey, Ziggy Snake Beste. Ich hab dir doch mal ein Video von ihm geschickt, oder? Ja, Mann. Ne, hast du nicht. Du sollst sehen, dass sie aus wie ein hessischer Inter. Ist er auch. Ich hab nix dazu. Ich kicke dich ne Berg runter, du Bitch. Ich hab wirklich ne Berg runter gekickt. Hä, der lebt? Ne, der lebt nicht. Klar, Mann. Hä? Ey, sag mir mal. Die sind überall, Mann. Die sind echt überall. Du kannst nix machen. Ey, wieso? Ey, ich werd von jedem Spaß abgeknallt, Mann. Ey, was ist es denn? Jawohl. Ich hab den Berg geholt. Oh, die sind hundefallen. Du hast nämlich so beendet. Das ist ja gut. Guck mal, Schwach. Du hast nämlich so beendet. Jetzt gehts nur in den Zaun, Alter. Ich bin, ich bin nicht der Neue. Werd geparkt, werd verhört. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ja, Alter, Mann. Was, du? Hat er zu mir geportet? Wo ist er? Hä? Ich kann nicht aufstehen. Toll. Ich lieg. Hä? Ich kann nix machen. Ich hab doch. Alter. Wieso häng ich denn so? Ey, was ist ein scheiß Rocket Punch, Mann. Ey. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Eben. Hä? Oh, ich hab's überlebt. Kann mir einer sagen, was eben passiert ist? Nee. Kein Stück. Ich ausgerechnet Snake spielen, Mann. Richtig. Oh, ist vor mir. Oh, ist bei dir. Oh, fuck. Idiot. Nee, was dir? Zu spät. Zu spät. Die sind zu zweiter Umschweißer Granate hoch. Nix, Mann. Ich war ja nur gepultet, Mann. Nein, schuldig, schuldig. Oh, da. Ey, ich hab keinen Bock auf Snake, Mann. Ich will meine eigene Klasse spielen. Ey, das ist einfach nur zu kotzen, Mann. Lieber, gehen wir links rum, rechts rum, links rum. Was willst du? Ich folg dir jetzt einfach. Okay. Nix. Hä? Aim. Es ist ein Trapp. Jawohl. Hehehe. Dreckige Ablenktaktik. Zu Arsch. Ach, der mit dem Schild wieder. Ich bin nicht wirklich sichtbar oder was, wenn man Rocket Punch nutzt. Jawohl. Der wird schwul, bewegen die sich dann sauernd. Nope. Alter, was? Was? Ey, durch mein Schild run, kill der mich einfach. Das geht gar nicht. Die machen die ganze Zeit Sachen, die funktionieren nicht. Das ist unglaublich. Schlimm heute. Wenn du das machen willst, dann darfst du das so auf den Sack kriegen. Ja, echt so. Ey, was? Ey, ich häng fest. Ich bin tot. Ich bin von der Leiche getötet worden. Sie wurden vielleicht jetzt so getrennt. Ich will dich ja verarschen. Jawohl, ich habe einen schon mal benommen. Gib mal Zeit hier, ey. Ey, wie werde ich jedes Mal betäut? Wie denn? Wann? Wie denn? Jedes Mal, wo ich meine scheiß Sprengarm nutzen? Nix, alter. Ey, fick dich doch mal einfach an. Jawohl, ich habe einen mit 12 Kills. Hä? Ey, was? Ey, der hat sich in mich reingeportet. Ey, willst du mich... Was ist denn das? Was? Ich bin abgelebt, bin tot und lebe dann und bin wieder tot. Ey, das ist gerade zu lecky, Jungs. Das könnt ihr vergessen. Oh, Quatsch, bei mir. Was? Ey, was ist das? Sie porten sich die ganze Zeit rum. Alter. Ich... Das ist unmöglich, gerade zu spielen, Jungs. Ich vergiss das. Ey, was ist denn das? Ich steig aus, ey. Ich habe einen Kill. Wie, Mann, das ist ja Hundesohn, 14 Kills, Mann. Das ist zu lecky, Alter. Das ist zu lecky geworden. Das kann man nicht spielen, gerade. Einfach viel zu viel, und dann noch mal auf eine Zerberwand. Kannst du nicht spielen. Unmöglich, geht nicht. Mal auf die Versuche auf einem normal zufälligen Spiel. Kannst du nicht spielen. Die anderen gehen halt raus. Ja, die anderen gehen auch raus, ey. Das ist zu lecky. Das ist viel zu lecky. Du kannst nichts machen. Ja, ja, ja. Du fliegst ja noch ein paar Meter durch die Gegend meistens noch. Als hätte ich so ein Goku geboxt und kein Mensch weiß warum. Ja. Götzelein. Yeah. Ich muss pissen und kacken. Zutle. Und Fisch. Und frutzen. Zutle. Oh. Okay. Oh, ist es da. Ist mir egal. Du bist da. Messer. Da ist er. Messer. Schade. Den ist noch abgepumpt, Mann. Ich habe 0 Punkte. Keine Chance gegen 3. Das hast du vergessen Oh ja, komm schon Oh ja Vermiss dich Es tut nun mal Spaß Warte, der andere kommt Der andere kommt Von wo? Direkt vorne Ich treffe ihn nicht Wo ist er? Alter, wie er legt Er ist runter Jawohl, nicht schlecht Das ist genau dieselbe Taktik wie bei uns letztes Mal, Philipp Ja, ja, ja An den Mörsern, damit teilt, wenn jemand kommt Geht zu A an die Flagge und wird wieder weggemörsert Das ist höchst Ich sehe niemanden Man rotzt aufs Flagge Da läuft er, da hinten dran Hab ihn, Kopfschuss, Alter Ja, voll, Alter, nicht schlecht Assault heißt Arschsatz Ja Oh Oh Was hat das gehört? Kommt er zu mir Komm zu mir Hab ihn Der ist gar nicht reingerannt Flup Okay, los, battle Ich glaube, ich habe ihn aber rausgehalten aus, gell Oh nein, das ist ein Kampf oder Männern Karton Huh Was? Was passiert? Der Oster stellt sich raus Ja, was macht er? Ne, er rennt im Kreis Warte 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 Ich lade dich hoch, gell? Ne, geh raus Okay, ich geh raus Der macht mit dem Messerkampf Ja? Oh, auch unsichtbar Na, jetzt rennt er weg Na, ich glaube nicht Oder doch? Doch, rennt weg! Dann geb ich meinen D-Mentis zuerst ab Warte, du hast noch Zeit Warte Nein, er rennt wieder hinterm Felsen Er will mich verwirren Hä, wo ist er hin? Ja, dir Komm herjetzt Ich habe ihn Schlecht? Ja Äh Boah Hä? Du hast auf dem Trichstuhlse Du hast gerade richtig seine Füße gemessen Ich habe seinen kleinen Zeh gemessen Den brauche ich am meisten Typisch, wenn du mich durchgesprungen hast Du hast von mir weggeguckt und gemessert Und ich bin gestorben Du hast einen Meter vor mir gelegen Also hinter mir Ja? Kein Witz Das war bei dir genauso, Mann Na, bei mir sah es anders aus Bei mir sah es anders aus Bei mir sah es auch seit ich in den Fuß gemessert Du, Full-Truckkanon habe ich freigeschaltet Ja, jawohl Weil ich das einfach mit den Boops ausgepackt habe Du hast Boops Geh mal weg, darf ich wie die Boops hin Ey, seid zu nah, Mann Ich kann die Boops noch sehen Ach doch Oh, Grundergebnis Oh, ja Oh, ja Zeig mit der Ass Zeig mit der Ass Oh, yeah Oh, ja Oh, ja Jawohl, shake it Weißt du Warte, ich muss mich hinlegen Damit ich es besser sehen kann Oh, ja Oh, ja Ich bin in dir drin Und sehe auch seine Füße Da hat irgendwas an seinen Stiefeln stehen Wo, wo, wo ist er? Oh, ja Oh, ja Komm näher Oh, ja Ich slappte der Ass Oh, schade Alles klar, ich geh draus Nico wär alleine Oh, ja Oh, ja Das stimmt ja Vielleicht könntest du auswählen, was du willst Noch mal extra Ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja